Weiter geht's mit Assassin's Creed 3! Kann ich jetzt wirklich einfach mal so... Lolzau, das kostet ganz schön Leben, ey! Mal gucken, was ist denn ja... Da haben wir so ein paar... Gieschten... Die Hau Len fitness.... Die. Die. Wat about B. How about BIEUNS! Das ist so gut! Bte Das macht so viel Spaß, aber leider hat man nicht so viel, so ne gute Health Rack. Ansonsten wäre das Ding wirklich so lustig ey. Was war das denn?! Jetzt mal ernsthaft, was war das denn?! Was zur Hölle, was war das denn?! Oh fuck! Nein, dann halt. Soll mir weiter, du strafgekötter? Nein! Nein! Ich kann drei bis vier von den Erdbeben machen und dann ist Schicht im Schacht. Dann habe ich nicht mehr genug Leben. Das sind sehr schwere Zeiten. Oh Sir, das hilft schon ein Stückchen. Ich habe was zu nommen. Oh! Da ist so ein A-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ist da. So ein Art-fakt-töns. So Wahrnehrungs-Art-fakt. Oh, hier ist nicht mehr Kferdzone. Cool. Nicht passiert. Ich bin nicht jemand, den man ignorieren kann. Geht einfach nicht. Was denn? Ach, hier habe ich mit meinem Vater gekämpft. Ah, hier habe ich mit meinem Vater gekämpft. Ah, aha, 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 hier ist immer also. Kapuuuutsch! Oh,about ... Was? Ich bin sehr schuldig. Sehr schuldig. Ich sehe euch anzupackt uns! Ich suche alle was aus! Ich sehe euch anzupackt uns! Ich sehe euch anzupackt uns! Ich sehe euch anzupackt uns! Na, geht doch. Ich sehe euch anzupackt! Ich habe nicht gefahren! Ich habe nicht gefahren! Ich habe nicht gefahren! Giftpfeilbeutel Upgrade! Ich habe auch Giftpfeiler weil dich manchmal auf oben. Boah, meine Klinge habe ich immer ausgerüstet. Boah, 30 Schuss, ey! Ping! Da hat es Pen gemacht! Da hat es Pen gemacht! Bitte tötet mich! Lasst mich am Leben sehen! Dein Leben ist aus! Ich bin nur aus Versehen hier gelandet! Ich lade! Ich bin nur aus Versehen hier gelandet! Ich bin nur aus Versehen hier gelandet! Einige! Ich glaube das ist auch ein Schockkopf. Hier. Ich kann's kaum glauben. Jetzt kannst du dir auch endlich was kochen In deinem Kochtopf Vielleicht nicht nur die Kiste haben Aber das ist schon praktisch Wenn da einfach alle da sind Und dann machst du Kaboom Und dann sind alle weg Ich meine ja nur Erst sind alle da Dann machst du einmal stampfen Und dann ist alles tot Ich meine ja nur So viel Zeug gibt es hier noch Ach das will ich euch nicht antun Kann man sich ja dumm und dämlich sammeln Und dann können wir ja drei Stunden Allein damit verbringen hier die Kisten zu holen Das will ich euch nicht antun What the fuck Fuck is this Erinnert gar nicht so an Ägypten und so Pyramide Ich liebe deine blauen Augen Ich liebe deine blauen Augen Die sind so cool Die sind so cool Der ist schon tot Der da lebt allerdings noch Der da lebt allerdings noch Ich sterbe? Da sehe ich auch so ein bisschen anders Da ist auch noch so eine Kiste Kika Kuka Kaka 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 Kaste 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 Ey du! Lass meinen Kollegen in Ruhe! So, jetzt gehen wir mal ein bisschen rein in die Pyramide. Hä? Wer bist du denn da, in Schwarz? Wow! Was war DAS denn geiles? Du! Kannst du das vielleicht nochmal machen? Washington hat uns komplett umstellt! Ich werde alle Verstärkung aufhalten! Ihr kämpft euch zurück zum Haupttor! Du! Kannst du das nochmal machen? Ja, das war schon geil, ne? Äh? Blaurel, der Schießen von oben! Erledige sie! Koppner! Ich bin da, liebe Freunde! Scha-Boo-sen! Hm! Ah! Daneben! Oh! Na toll! Wer schießt unten von oben? Schalten diese Männer aus! Na toll! Eine verehrte Kugel tötet mich! Eine verdammte verehrte Kugel tötet mich, ey! so nicht cool macht einen abgang was ist denn jetzt los? äh ähm hab ich das Spiel kaputt gemacht schon wieder? ja, aber ich hab das Spiel schon wieder kaputt gemacht ja, ich hab das Spiel schon wieder kaputt gemacht hehehehehe ich will dein Meister im Spiele kaputt machen, ganz ernsthaft ich mach immer das, was die Spiele nicht wollen, dass ich mache und mach sie damit kaputt weil die Entwickler damit nicht rechnen haltet ihre Verstärkung auf! zerstört das Tor! ach ich glaube nachbeben ich glaub ich hab Schäffersn kaputt gemacht, oder? kann das sein? mit mein Schäffersn irgendwie kaputt gemacht haben, außer sehen Tore? Tore? Ach Tore! Mehrzahl! noch ein paar mehr noch ein paar mehr noch ein bisschen Leben noch ein bisschen Leben noch ein bisschen Leben ich liebe diese Kraft jetzt schon ich liebe diese Kraft jetzt schon so dermaßen ein Teil der Bevölkerung greift die Pyramide an das Volk greift mich an? ja ich bin das Volk bla 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 ich habe mich dem Kampf um die Freiheit gewidmet sehen sie das nicht? ich habe ihnen mein ganzes Leben geopfert ich besiegte die Briten ich gab ihnen Freiheit ich! und trotzdem rebellieren sie das ist Wahnsinn ihr seid unser Hirte eure Hoheit hm stabile Tasse allerdings naja nur jede andere Tasse wäre wahrscheinlich gut gegangen naja nur ja Tasse auf Steinboden gleich paar Scherben haltet ihre Verstärkung auf in der bin dabei bin dabei Aua ich verloren wieder meinen äh äh Stückling haben genau er schießt mich doch mal wieder gibt mir halt keine Chance mehr einen menschlichen Schild zu holen schnell wenn jetzt schon wieder tschüss Thor meine Männer sind gerettet wir müssen uns aufteilen und in der Stadt untertauchen wer bist du? RADON AGEDON war mir ein Vergnügen wir treffen uns später und planen dann weitere Schritte wenn der jetzt wirklich seinen Namen beim ersten Versuch richtig ausgesprochen hätte ich gesagt UNREALISTISCH RADON AGEDON meine ich möchte keinen Namen gescheit aussprechen da der 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 oder der So, einmal das hier. Und dann würde ich gerne abfliegen. So einen Abflug machen ist immer cool. Um davon zu kommen. Genau, schießt mir von überall auf mich drauf. Ernsthaft, die Leute haben viel zu viele Sniper. Viel zu viele Sniper sind da ja überall. Wisst ihr was? Diesmal sage ich mir, leckt mich. Jetzt mal stirbst du einfach. Wisst ihr was? Er könnte mich mal. Dann schieß doch. Das sucht doch mal, mich einzufangen. Ha. Gebäämm. Oh, da ist schon wieder jemand in Toiletten Schau mal So, dann machen wir mal ein bisschen Anonymität Stop looking for me Danke sehr So, dann sage ich weiter geht zum nächsten Mal Bis dahin, siehe Leute